Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum ultimativen Pokémon-Quiz. In diesem Quiz werden euch 20 Fragen rund um das Thema Pokémon gestellt werden, beginnend mit einer sehr einfachen Frage und endend mit einer sehr schweren Frage. Solltet ihr tatsächlich imstande sein, alle 20 Fragen ohne Probleme und ohne Hilfestellung zu beantworten, würde ich mich das freuen, wenn ihr das wirklich mal auf meine Facebook-Seite postet. Ich bin richtig gespannt, wie viele tatsächlich auf alle Lösungen dieses Videos kommen. Ihr könnt natürlich unter euren Freunden einen kleinen Wettbewerb veranstalten, wer die meisten Fragen hier aus diesem Quiz beantwortet. Doch nun genug der Worte, fangen wir mit dem eigentlichen Quiz an. Frage 1. Wie viele Schritte wirkt ein Superschutz? Eine kleine gelbe Maus im Nationaldex auf Position 25, das hast jedes Kind in Verbindung mit Pokémon kennt. Heißt Geister-Pokémon und Tragossehausen im Pokémon-Turm. In welcher Stadt ist dieser Turm? Geister-Pokémon und Tragossehausen im Pokémon-Turm. In wie vielen Generationen gab es die VN-Taucher? Existiert die Attacke Mimikry in der ersten Pokémon-Generation? Wer ist zugleich Arenaleiter und der Boss einer Verbrecherorganisation? Dieses Item hat keinen Nutzen, wird aber bis zu einem Wert von einer Million Poké-Dollar gehandelt. Wie heißt dieses Item? Ein Ninja, der zugleich ein Arenaleiter und in der Top 4 war. Wie heißt dieser? So, das Quiz wird jetzt langsam, aber sicher schwerer. Kommen wir nun zur Frage 9. Wie lautet der Vorname von Professor Eich? Wie nennt sich die Attacke vom Typ Geist, mit der ein Pokémon vorübergehend drei Typen besitzen kann? Wie viele Pokémon können per Level-Anstieg die Attacke Mimikry in der ersten Generation lernen? Ein Pokémon aus der zweiten Generation, das die bisher niedrigste Basiswertsumme aller Pokémon hat. Dieses Pokémon entwickelte sich erst per Schönheit, dann per Tausch. Um welches Pokémon handelt es sich? Ein Ort, der an der Grenze zwischen Shino und Yoto liegt, nennt sich die... Die letzten fünf Fragen sind richtig gesalzen, also haltet durch und hier kommt Frage 15. Das Mega-Pokémon mit der höchsten Basiswertsumme ist... Noch vier Fragen, aber die Fragen werden nicht mehr leichter. Eine Stadt der dritten Generation, die eigentlich keine Stadt ist, heißt... Welcher Ball fängt Pokémon, die sich mit Mondstein entwickeln, besser? Frage 18 ist verdammt schwer, also haltet durch. Welchen Ort könnte man als Exklave der zweiten Generation bezeichnen? Frage 18 ist verdammt schwer, also haltet durch. Welcher Schlüssel existiert sowohl in der ersten als auch in der vierten Pokémon-Generation, öffnet aber zwei verschiedene Türen? Die alles entscheidende letzte Frage 20. Bei dieser Attacke zeigt ein AP-Plus nie eine Wirkung. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass ihr beim ultimativen Pokémon-Quiz zugesehen habt. Derjenige oder diejenige, die im Stande ist, alle 20 Fragen richtig zu beantworten und das als erstes auf meine Facebook-Seite postet, kann einen Sachpreis in Höhe von ca. 20 Euro gewinnen. Also, dranbleiben, nochmal ansehen, wenn ihr nicht alle Fragen gewusst habt und die dazugehörigen Antworten oder vielleicht sogar eure Freunde zur Hilfe bitten, die euch dann eventuell helfen können, die fehlenden Fragen zu beantworten. Hier an der Stelle sage ich ein recht herzliches Dankeschön, dass ihr wirklich so lange und fleißig zugesehen habt beim ultimativen Pokémon-Quiz. Mich würde es auch einfach interessieren, wie euch so das Format hier gefällt. Hinterlasst dazu Kommentare, Likes und Favorisierungen einfach bei dem Video, damit ich mir ein Bild davon machen kann. Hier noch einmal die Wochenspecials im Komplettüberblick. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank erstmal für das Zusehen bei diesem Wochenspecial. Ihr seht nun die letzten 22 Wochenspecials, die aufgenommen worden sind. Wenn ihr ein Wochenspecial erneut sehen wollt, einfach auf das jeweilige Symbol klicken und schon seid ihr beim jeweiligen Wochenspecial-Video angelangt. Vielen Dank fürs Zusehen und wenn euch dieses Video natürlich gefallen hat, ganz wichtig, liken und favorisieren, sodass eure Freunde dies ebenfalls sehen. Hier an der Stelle sage ich ein recht herzliches Dankeschön und bis zum nächsten Wochenspecial hier auf meinem Kanal. Musik Musik